Mamma mia, die ist bei dir in der Hurt. Ja, deshalb. Wir haben eine Nonne als Jäger eingestellt. Und warum ist... ...ne Nonne... ...männlich? Warum ist... Ich muss nicht wissen. Ich hab noch ne Nebenquest. Ab in die Federn, 68 Federn hier abliefern. Ja, mach ich doch kurz, oder? Das ist super. Oder warte mal kurz, ich sprich jetzt mit einer Nonne. Haben wir die Nonne irgendwo im Gebüsch? Äh... Nur die Nonne sehe ich auf der Map nicht. Zeig mir deine Ware. Sprich mit Nonnen. Ach nö! Der ist nicht mehr verfügbar. Lies mal den Nebenquest. Da geht den Licht auf. Da ist nicht eine Nonne, das ist Nonnen. Da ist keiner verfügbar. Wie soll ich jetzt ein Quest machen, da keiner verfügbar ist? Das geht doch nicht auf. Der wurde umgebracht. Oder so. Ich sprich mit niemandem. Ich sprich jetzt mit niemandem. Woher soll ich... Vielleicht muss der ja noch gezeugt werden. Dann... Mein Aussein. Ich liefer Federn ab, hm? Aber der eine Quest, den können wir nicht machen. Das ist, äh... Tote Hose. Dann haben sie das Reis... Warte mal, welche? Ab in die Fähren oder so. Oder wie hieß das Ding nochmal? Wollen wir mal kurz. Äh... Da geht den Licht auf. Nebenquest. Baue Standfackel. Haben wir gemacht. Nein. Standfackel. Da ist bei mir ein Haken. Grüner Haken. Bei mir nicht. Gut. Bei mir ist da ein grüner Haken. Abge... 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 Standfackel. Und jetzt soll man... Mach... Mach mal du. Vor allem eine Standfackel. Und wenn da... Vielleicht steht dann da ein Name. Da bin ich schon immer... Niemand drin. Ich soll mit niemandem sprechen. Der Quest ist erfüllt. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ja. Na, sie zuppelt wieder. Eieieiei. Das glaubt mir keiner. Ja. Ja, ja. Warum sollte ich eine Flöte holen? Aaaaah. 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 Weil du Flöt... Weil du Flötist spielen könntest. Ein Klo needs aber eine neue Hauptquest. Oh je wie ne. Ab ins Klo oder was? Wie ist mein Geschäft? Harul eins der Schlechte ist immer noch König. Uiuiui. Passt da, oder? Oder passt das nicht? Haben sie Probleme damit? Ah, das mit der Standfackel wird nix. Ich habe keinen Leinen. Leinen da. Ah, das kriege ich auch nicht so schnell wieder hin. Das kriege ich nicht auf die Schnelle hin. Weißt du was? Wir müssen unsere Siedlung expandieren. Wir müssen... Wir brauchen ein paar neue Mitarbeiter. Nein, nicht noch mehr Steuern. Doch, wir müssen mehr Mitarbeiter akquirieren. Aaaaah. Nee, nein. Vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit bald mit dem König... Mit den Königsquesten, wie auf der Singleplayer Map, wo dann die Steuern gesenkt werden, wenn man die erfüllt. Ja, wäre schon sinnvoll. Das wäre mega, Mann. Steuersenkung plus... Minus 120 Prozent. Heißt mit wie Krom Krohle. Eisen jetzt? Einfach mal so auf dem Boden liegend. Warum? Das gibt es manchmal. 70 Münzen. Händler finden. Warum wollen sie denn Händler finden? Ich habe einen Sack gefunden. Aha. Das brauche ich nicht. Habe ich schon. Ja, aber sie sind ein ganz lustiger, Sir. Wo haben sie denn solche Witze gelernt? Die Krom Krohle kenne ich noch von 1940. Auf die Röhre habe ich sie gelernt. Auf die Röhre? Was? Ja, auf der Diarrötis haben wir heute immer wieder was gelernt. Ich habe heute sogar eine nackte Frau gesehen, die in der Öffentlichkeit baden geht, weil es einfach zu heiß ist und sich dann wieder anzieht. Es war ja schön anzusehen, aber wer denkt schon an die Nachbarn und Kinder? Die Kinder! Was für Schänder? Ja, die Schänder. Ich möchte gern was abladen. So, ich drücke einfach mal die 1 und sehe zu, was passiert. Ich fliege mich mal auf die 1. Berger, Pommes, auf die 1. Das ist sicher. Für uns. Äh, warum hat der jetzt wieder kalt? Aber ich kann jetzt doch nicht, ich kann die Quest nicht abliefern. Warum? Was hindert dich daran? Ansprechen, aber ich spreche den Kollegen an. Er hat jetzt nur 5 Sachen. Wohin ist Miragold plötzlich verschwunden? Könntest du ihm etwas über diesen Ort verraten? Was hältst du von dem Bader? Guck dir mal ganz genau an, wo das Ausrufezeichen ist. Ich habe den bei Dervan, hier Ansprechpartner. Ist sogar Anu und ein Quest vorhanden. Äh, Lull. Wohin soll ich denn sonst gehen? Ja, gute Frage. Ist dort irgendwas noch im Tagebucheintrag? Wissen die Stellen? Ja. Geh mal an die Tafel. Guck mal kurz. Äh. Geben sie Fehlern spenden. Freiwillige und Geschädige melden sich bitte beim Quartiermeister, um Belohnungen für Wiedergutmachung zu erhalten. Ist das doch der Quartiermeister? Ich check's auch nicht gerade. Normalerweise müsste man mit dem reden können. Hast du die Quest ausgewählt? Ja, 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 ja. Hä? Okay, dann macht's gar keinen Sinn. Ich kann dem keine Fehlern geben. Ja gut, dann komm zurück. Überspringen wir die Jahreszeit, dann ist es halt so. Fuck off. Wir haben eh genug, ey. Dynastie-Reputation. Ich will einfach den scheiß Winter weg haben. Das ist unglaublich mit der Kälte. So, ich kann ja hier irgendwo schlafen, ne? Im Staat erzählt's. Ja, genau. In 42 In-Game-Minute. Oh, nein. Oh, wieso soll ich auch im Finale sehen da wieder? Das heißt, ich hab 68... Ach so, ich bin ja auch blöde. Habe ich nur 10 und brauche 68 oder umgekehrt? 68 und über... Ja, ich muss mal gucken. Du musst 68 Federn abliefern. Ich hab andersrum gelesen. Okay. Das ist das Problem, Titel. Ich dachte, ich brauche nur 10. Nein, dann musst du jetzt halt nochmal hin und her rennen. Ja, ja. Ist ja halt so wild. So, 17 Minuten. Das dauert dir schon noch ein bisschen, ne? Hat er erst 17 Minuten gedruckt? Mhm. Ja, aber dann lass uns doch die Quest trotzdem absolvieren, wenn du nicht genug fehlt. Okay. Weißt du, was ich meine? Dann haben wir das. Ja, komm. Ich bin auch doof. Doof, dümmer, ich. Einsicht ist der erste Blick zur Besserung oder so. Naja. Zweisicht ist lieber, oder? Ist besser. Du bist zu Hause, nehme ich an, ne? Ja, ja, ja. Ich baue gerade ein paar Häuser. Ne, dein 3D-Druck dauert noch 2 Stunden 45. Hat jetzt, äh, 102 von 468, äh, Layers gedruckt. Geprintet. Geprintet, gedruckt, geprintet. Bist du schnell zum Amerikaner gemontiert? Texas. Texas. Ja, hier, howdy. Howdy. Ach, ne. Howdy, boy. Hast du überhaupt gewusst? Ähm, nicht nur, äh, nicht nur unser guter Herr und Meister, äh, Bingenz, wurde, wurde, angeschossen, beziehungsweise für einen Totschlag verübt. Monsieur Donald Trump wurde ja fast, äh, aber ey, da musst du schon mit dem helvetischen Dampf walzen. Trump, Donald Trump. Aber hörte wieder auf. Nein, aber es ist wirklich, ich, ich weiss nicht, was es war. Was aktuell los ist, ist crazy, ja. Ich meine, Trump hat zu kämpfen, hat einen Anschlag gehabt, auch, aus, Musk selbst hat es zum Beispiel schon zwei Anschläge gehabt, also versucht es, wurde nie, nie durchgeführt, man konnte es vorher mal abfangen. Aber was geht an soziale Medien ab? Es ist nicht nur normal. Das, äh, das ist, wenn man an einer gewissen Position ist und gewisse Leute halt komplett, äh, die Sicherung durch haben, wenn man halt so viel Medieval Dynasty, äh, spielt, dann passiert das halt manchmal, weißt du? Ja, wissenschaftliche Studien haben das bewiesen, Till, von RTL 2. Aha. Ja, ja, mhm, nur aufpassen. Die sind schon hochwissenschaftlich, diese Studien von RTL 2. Jaja. Das sind keine Studien, das sind Gebühren. Versteckte. Alter, weißt du, das Crazieste ist ja dieser Gamescom-Bericht von RTL damals, vor über 10 Jahren. Ah, vor über 10 Jahren, ja. Mittlerweile promoten die ja selber auch Spieler, also welche Ironie des Schicksals. Du, in 10 Jahren, das können, glaub ich, wenn du die wenigsten beurteilen, aber was in den letzten 10 oder 12 Jahren, seitdem ich hier auf YouTube bin, was da abgingen ist, das ist einfach crazy. Der Wandel, ich hab's heute eh wieder darüber gehabt. Ich hab zu spät mit TikTok angefangen. Der Hype ist vorbei. Noch zu wachsen. Natürlich, als Frau hat man da immer noch so seine Möglichkeiten. Mooby-Time! Ja, jetzt mal abgesehen davon, da reicht's einfach, meistens reicht's einfach, wenn man eine Frau im Internet sieht. Oh, Frau! Nur Aufmerksamkeit schicken! Vielleicht, äh, kann ich, wenn ich hier eine Rose schicke, kriege ich ihre Aufmerksamkeit. So voll die Bachelor-Komplexe da auf TikTok. Ja, aber ey. Es sind ganz andere Zeiten davon, andere Maßnahmen. Ja, true, true. Und, äh, es wird nicht besser. Also, ich sag mal so, wir... Boah, bin ich froh, sind wir noch in der Zeit aufgewachsen. Das hört sich jetzt an wie so ein Großvater, aber ich bin noch froh, dass wir, dass wir zu der Zeit aufgewachsen sind, wo man noch zur Türe ging und geklopft hat, um zu fragen, kommt jetzt, äh, kommt jetzt Johannes raus? Bitte? Nein, Johannes ist gerade... Nein, Johannes hat Hausaufgaben noch nicht gemacht. Okay, kann er die Hausaufgaben später machen? Weißt du, wo du mit den Eltern deines Freundes noch gegambelt hast, dass er rauskommt? Logisch. Was ist das creepy, wenn so ein Kind vor der Haustür steht? Bro, was macht dein Kumpel hier? Kann der dir nicht eine WhatsApp schreiben? Ja. Ist schon krank, Mann. Eben. Und auch zum Beispiel hier, in den sozialen Medien generell, auf YouTube und Co. Und auch, äh, auf... Früher hat man sich ja noch auf Facebook, äh, unterhalten. Boah, WhatsApp, äh, nicht WhatsApp, MSN und Netlog, Digga. Tschüss. Netlog. Oder Habohotel. Ey, die haben einen Comeback gefeiert. Oh nein, hör mit dem Scheiss auf. Alter, das war so geil. Hören Sie mit dem Kack auf. Nein. Nein. Ich hab Hotels immer verkauft, so verbietet mit so den Gratis Starter, äh, Kids, wo man, äh, Dingens, ähm, wo man, wo man durch Grinden kriegt, dann hab ich dann mit Hotel gemacht, dann mussten mir Leute ein Möbel spenden, dass sie eine Woche drin wohnen durften. Und am Schluss hatte ich einfach so voll die fette Überbude. Das ist einfach nicht mehr normal. Also, weißt du, als... Früher hat man zum Beispiel, ja... Was soll man sagen? Früher war's, äh, crazy, wenn du zum Beispiel irgend bisschen Haut gezeigt hast, oder ein bisschen... Ich sag mal, größten Nippelwitz oder so ungewollt, ne? Früher war's direkt vorne, wenn man den Ausschnitt gesehen hat im Internet, ja? Und heutzutage, äh, ja... Heutzutage gibt's auf Twitch diese super gute Kategorie, die total ab 10 plus ist. Gar nicht und... Wie heißt die? Ich... 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 Ich frag für'n Freund. Just Chatting. Ach sooo... Naja... Oder Medieval Dynasty. Ne... Es gibt ja auch, äh, andere... Oder wurde... Wurde das mittlerweile wieder eingestellt, oder gibt's das überhaupt gar nicht? Nein, 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 also... Also... Äh, warte mal, Twitch, wenn... Die 4U-Page von für mich... Sieht genau... Okay... Ein bisschenanny... What...